Sie lieben es, vor dem Schlafengehen in Geschichten zu versinken? Mit Tolino genießen Sie jederzeit ein optimales Leselicht, auch am Abend. Tolino eReader mit integriertem Smartlight passen die Farbtemperatur der Displaybeleuchtung automatisch an den Tagesverlauf an. Von kaltweißem Licht am Morgen zu warmweißem Licht am Abend. So passt Ihr Leselicht immer perfekt zu Ihrem Biorhythmus und schont besonders am Abend Ihre Augen. Sie können das Smartlight auch an Ihre individuellen Vorlieben anpassen. Tippen Sie auf der Startseite einfach oben rechts auf das Sonnensymbol. Oder swipen Sie auf einer E-Book-Seite mit dem Zeigefinger nach unten. Jetzt können Sie das Displaylicht Ihres eReaders manuell einstellen. Kleiner Tipp, unter Weitere Einstellungen können Sie darüber hinaus den sogenannten Nachtmodus aktivieren. Ist er eingeschaltet, werden die Farben auf dem eReader-Display invertiert. So ist das Lesen am Abend noch angenehmer für die Augen. Auch in der Tolino-App kann die Beleuchtung des Displays optimal angepasst werden. Öffnen Sie dazu in der Leseansicht die Texteinstellungen. Unter Layout können Sie nun zwischen einem weißen, sepiafarbenen oder schwarzen Hintergrund wählen. So können Sie vor dem Einschlafen auch im Dunkeln entspannt lesen, ganz ohne den Partner zu stören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017